Wir sind die Mini-Flitzer. Sausen überall um in der Erde. Frumplanet ist unser Reich. Und wir am Ende sind uns in der Erde. Auf dem Frumplaneten sausen die Mini-Flitzer in alle Richtungen. Manchmal aber müssen sie anhalten, um den Zug oder die Straßenbahn vorbeifahren zu lassen. Dann gibt es einen großen Stau. Was ist denn jetzt schon wieder los? Warum geht es nicht vorwärts? Warum staut sich hier denn alles? Ich weiß es nicht. Was ist hier los, Mini-Max? Die Schranke wurde herabgesenkt, weil gleich der Zug kommt. Die Schranke ist gekränkt, weil der Zug brummt. Die Schranke ist abgelenkt, weil der Zug summt. Hä? Was machst du denn? Fahr doch endlich los! Ich kann nicht. Ich stärke fest. Was ist denn jetzt schon wieder? Piku ist eingeklemmt. Verflixt. Ich schaffe es nicht. Halte dich an mir fest. Ich ziehe dich. Hau ruck. Und badabum bum witz. So ein Mist. Was gibt es denn jetzt noch? Geht es endlich weiter? Habt ihr schon wieder ein Problem? Die Schranke wurde wieder abgesenkt. Die Schranke ist immer noch gekränkt. Was? Die Schranke ist abgelenkt? Hau. erta-pum-bum-fee! RaalJA Pa-da-pum-bum-fee! Raalja Pa-da-pum-bum-fee! Raalja Pa-da-pum-bum-fee! Untertitelung des ZDF, 2020